So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Tekenu, Obelisk of the Sun. Daniel Taskini und David Hurchi haben wieder zugeschlagen. Und wenn man sich das hier mal anguckt, dann sieht das so aus, als würde das Spiel direkt aus der Euro-Hölle kommen. Und das tut es auch. Und soll ich euch was sagen? Ich finde es richtig geil. Ich habe jetzt schon einige Partien davon gespielt und habe eigentlich sofort Lust auf noch eine Partie. Das ist richtig schön verzahnt auf mehreren Ebenen, hat schöne Mechanismen drin. Sieht erstmal fürchterlich kompliziert aus. Und wenn ich euch jetzt die ganzen Sachen erklären würde, dann würdet ihr wahrscheinlich nur die Hälfte oder gar nichts verstehen. Und wenn man das einfach vorgespielt sieht, wenn ich also die ganzen Aktionen einfach ausführe, sage, was ich dabei mache, wie ich das mache, worum ich mir da Gedanken mache, wofür es später Punkte gibt, dann ist man, denke ich, sehr schnell drin. Und wenn ihr dieses Video guckt und danach die Regel lest, dann solltet ihr das eigentlich alles sehr schnell verstanden haben. Und beim Regellesen auch das alles nur nochmal rekapitulieren. Also mein Anspruch ist eigentlich, dass ihr nach diesem Video sofort losspielen könnt. Und es kann beim Erklärung, ich habe gerade auch nochmal die Regel komplett durchgelesen, um Regelfehler wirklich zu vermeiden, aber es kann immer sein, dass wenn ich hier für zwei Personen spiele, mit der Kamera rede, sich da irgendwo ein Fehler einschleicht. Das ist nicht auszuschließen. Guckt einfach in die Kommentare, da werde ich die oder irgendjemand anders reinschreiben, wenn irgendwas auffällt. Da habt ihr es wirklich 100% korrekt. Das soll jetzt auch gar nicht wirklich ein Regel-Lern-Video sein, sondern ihr solltet eben wirklich sehen, worüber denke ich nach. Was ist so der Anspruch von dem Spiel? Wie ist das verzahnt? Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Ich habe auch neulich sogar schon eine Diskussion miterlebt, wo darüber diskutiert wurde, ob das hier oder Theotio Kahn hübscher oder hässlicher ist. Ich finde das hier tatsächlich, mag an meiner Farbenblindheit liegen, dass ich eben alles so trist sehe, aber das ist auf jeden Fall, auch wenn ihr jetzt noch nichts versteht, das wird gleich super klar werden, das ist super gut strukturiert, super übersichtlich und ja, ich habe mega Bock euch das Spiel zu zeigen, darum würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. So erstmal, worum geht es bei dem Spiel? Generell gilt, zwei Züge sind eine Rotation, zwei Rotationen sind eine Matphase, zwei Matphasen sind ein Scoring und zwei Scorings sind ein Spiel. Wenn man dieses Mantra erstmal verinnerlicht hat, hat man schon mal viel vom Spiel verstanden. Das werdet ihr gleich verstehen. Generell nehmen wir uns jede Runde einen Würfel hier aus diesem Bereich. Entweder so ein Pure Würfel, ein Tainted Würfel, die Verbindenwürfel dürfen wir uns in der Regel nicht nehmen. Nachdem wir uns insgesamt 16 Mal einen Würfel genommen haben, ist das Spiel zu Ende. Wir haben also exakt 16 Aktionen. Es gibt ganz, ganz selten mal die Möglichkeit, eine Extraaktion zu machen, aber eigentlich könnt ihr mit 16 Aktionen rechnen. Diese Felder hier rund um den Obelisten sind immer in den jeweiligen Bereichen zugeordnet. Sprich, diese Würfel beziehen sich auf diesen Bereich, diese Würfel hier beziehen sich auf diesen Bereich, diese Würfel hier auf den Bereich, die Würfel auf den Bereich, die Würfel hier auf den Bereich und die Würfel hier auf den Bereich. Das ist also sehr klar und sehr einfach zu verstehen. Man muss eben nur wissen, was machen die ganzen Bereiche. Vielleicht so als ganz, ganz grobe Übersicht. Hier erhöhen wir unsere Produktionen. Hier bauen wir Statuen, mit denen wir profitieren, wenn andere Leute Aktionen machen oder andere kleine Vorteile bekommen. Hier bauen wir Säulen in diesem Tempelkomplex. Hier bauen wir Gebäude in diesem Tempelkomplex. Hier steigern wir die Glückseligkeit unserer Bevölkerung, indem wir irgendwelche Feste geben. Und hier nehmen wir uns die Karten. Also wirklich sehr einfach und sehr überschaubar. Es gibt noch eine siebte Aktion. Man kann auch jeden außer die grauen Würfel benutzen, um entsprechende Ressourcen zu produzieren. Mit dem gelben Würfel produziert man diese Schriftrollen hier. Mit dem braunen Würfel produziert man Brot. Mit weiß produziert man diesen weißen Stein. Und mit schwarz produziert man diesen schwarzen Stein Grafit. So und jetzt fangen wir einfach an. Da wir zu zweit spielen, ich gegen Dave, liegen hier fünf Startkarten aus. Die nehmen wir zuerst. Ich als Startspieler eine, dann Dave zwei, dann ich eine. Wer dann da die höchste Summe bei den beiden Karten hat, darf sich zuerst hier eine Ankarte aussuchen. Die bringen auch nochmal Vorteile. Und die sind wichtig, um später im Spiel unentschieden in der Matphase zu brechen. Da gilt, je höher die Karte, desto schwächer der Bonus. Je niedriger die Karte, desto besser der Bonus. Aber erstmal sind jetzt diese Karten hier oben wichtig. Und ich als Startspieler würde jetzt sagen, okay, ich nehme mal diese Karte. Da kriege ich gleich zwei Technologiekarten, darf mir eine aussuchen. Das ist ein ziemlich galanter Vorteil. Also der ist nicht schlecht. Darum kriege ich auch nur hier eine 5. Das heißt, meine Gesamtsumme wird gleich relativ gering sein. Jetzt darf sich Dave zwei Karten aussuchen. Er könnte sagen, okay, er nimmt die. Da darf er gleich ein Produktionsgebäude bauen. Das gucken wir uns gleich an. Und er nimmt vielleicht mal die hier. Damit hat er, weil er findet die Effekte cool, hat jetzt gar nicht so sehr auf die Summe geguckt. Er hat eine 13. Ich habe hier eine 5. Das heißt, wenn ich die 8 nehme, hätten wir einen Unentschieden. Bei der 9 wäre ich vorne. Also muss ich mir jetzt überlegen, möchte ich hier lieber vier unterschiedliche Ressourcen oder möchte ich dreimal das Weiße oder das Schwarze. Ich würde einfach mal sagen, eins von jedem ist gar nicht so schlecht. Also nehme ich das hier. Jetzt habe ich halt auch in der Summe eine 13 und Dave eben auch. Und dann gilt einfach, wer die höchste aufgedruckte Zahl hat. In dem Fall also die 11. Sprich, Dave ist Startspieler. Diese Karte hier kommt jetzt aus dem Spiel. Es gibt noch ein paar andere Startkarten. Das heißt, da hat man auch jedes Mal eine neue Auswahl. Die brauchen wir in dieser Partie nie wieder. So, jetzt können wir hier schon mal die Reihenfolge festlegen. Dave ist Erster. Ich bin Zweiter. Bis zur ersten Mart-Phase. Dann wird das neu verteilt. Wie, zeige ich euch dann. So, jetzt sind diese Mart-Karten hier wichtig. Und Dave sagt sich mal, komm, er nimmt mal die. Weil die passt ja, wie man sieht, schon ganz gut zu der Karte. Damit hat er jetzt einen Wert 2. Da muss ich jetzt halt überlegen, okay, wenn ich 3 will, dann bin ich beim möglichen Unentschieden vorne, aber dann kriege ich nur so einen Faith-Marker. Ich weiß nicht, ob das so supergeil ist. Ich würde, ich muss mich jetzt entscheiden, möchte ich so einen Scribe, so eine Schriftrolle, also so einen Marker hier, mit dem kann ich Würfel ein bisschen manipulieren oder auch manchmal bin ich dann bei der Würfelauswahl ein bisschen frei, wenn ich 2 davon habe. Oder möchte ich ein Gold, also eine Joker-Ressource. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, komm, ach, ich... Also eine Joker-Ressource ist schon mal ganz geil, aber ich nehme einfach mal diese 0 hier. Dann kommen die anderen beiden Karten weg, aber nicht aus dem Spiel. Die liegt mir einfach beiseite. Die brauchen wir in der Mart-Phase wieder. So, jetzt handeln wir das Ganze ab. Das heißt, ich bekomme noch ein Scribe dazu. Ich bekomme alle Ressourcen außer Gold, also alle normalen Ressourcen außer Gold einmal. Wir haben am Anfang schon ein Scribe und ein Gold. Das heißt, ich habe jetzt von allem ein bisschen was. Das ist jetzt falsch. Ich brauche noch ein paar Pyros. Und dann darf ich hier noch 2 Karten vom Technologiestapel ziehen und mir eine davon aussuchen. Das sagt jetzt, wenn ich die Horus-Gott-Aktion benutze, bekomme ich 2 Siegpunkte und ein Granit. Oder wenn ich die Hathor-Gott-Aktion ausführe, dann bekomme ich ein Bro. Und da geht es mir jetzt wie immer. Diese Karten können total stark sein und super mächtig, dass man sagt, boah, Bro, damit hat man schon gewonnen. Und das sieht man dann auch nach einer Partie schon sofort, dass man merkt, oh, die ist stark. In der letzten Partie hatte ich auch 2 so ähnliche Karten, wo ich dachte, okay, die ist absolut mäßig und die ist ungefähr genauso mäßig. Und dann habe ich halt einen davon genommen und mit der habe ich das Spiel dann hinterher haushoch gewonnen, weil das ist die perfekte Synergie zu meiner Strategie, die ich dann darauf basierend entwickelt habe. Also da gehört, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrung zu, um das wirklich einschätzen zu können. Und auch wenn ich jetzt irgendwas zum Balancing oder zu irgendwelchen Dingen sage, was mir stark erscheint oder nicht, das ist natürlich, basiert alles jetzt auf unter 10 Partien. Es gibt ja immer so Phasen im Spiel, die kennenlernen Phasen, da merkt man so, oh, man lernt die Regeln, macht erstmal dann vielleicht weniger Fehler und denkt sich schon so, boah, die und die Aktion ist stark. Dann hat man irgendwie, dass die ganze Gruppe das Spiel kann und man kommt so auf 10, 20 Partien, dann merkt man, okay, das läuft doch anders zusammen und bewertet das Spiel wieder neu und dann kommt man irgendwann zu 30, 40 Partien und fährt fest, okay, die Sachen, die man am Anfang total schwach fand, sich gefragt hat, warum sind die in so einem Spiel? Die sind mega gut, wenn man richtig weiß, wie man die benutzen kann. Dann kann man auf einmal auch mit schwächeren Würfen was anfangen. Also tatsächlich, bei den meisten Spielen komme ich ehrlicherweise gar nicht so weit, dass ich so weit in die Tiefe gehe. Und viele von den Leuten, die das spielen, tatsächlich auch nicht. Also, ich weiß nicht, Theo Theokhan. Ich glaube, die meisten von euch, die das haben, werden das keine 20 Mal gespielt haben, weil es einfach noch viele andere Spiele gibt. Von daher alle Kommentare und Anmerkungen, die in diese Richtung gehen, einfach nur als Anmerkung eines Noobs hinnehmen. Und ihr werdet das Spiel trotzdem gut verstehen, denke ich. So, ich würde jetzt einfach mal die Karte hier nehmen, wenn ich eine Hathor-Gott-Aktion mache, also das wäre dann die hier, also hier da im Tempel Gebäude bauen, kriege ich ein Brot. Das ist gar nicht schlecht, weil dafür brauche ich Brot. Die andere Karte lege ich hier wieder drunter. Und dann können diese Startkarten hier quasi weg. Dave hat ja diese Karte hier genommen. Das heißt, er kann sowohl seine Bevölkerung um 1, 2, 3 Schritte erhöhen, als auch die Freude seiner Bevölkerung, die Happiness, um 2 Schritte. Das ist schon mal echt ganz gut. Und dann hat er auch diese Karte hier. Da kann er sich aussuchen, entweder die Bevölkerung oder die Happiness um 1 hochsetzen. Er setzt mal die Happiness hoch. Das ist nämlich ganz gut, weil hier bei diesen Karten hat man immer Zugriff auf den Bereich, wo der kleine Marker steht, wo die Happiness ist. Das heißt, ich könnte mir nur Karten aus diesem Bereich hier nehmen, weil mein Marker hier in dem Bereich ist. Dave hat jetzt schon, weil er den Marker hier hat, Zugriff auf diesen Bereich und auf diesen Bereich. Und das ist eigentlich schon ganz gut. Hier liegen noch keine Karten. Sobald der große Marker da hinkommt, werden die Karten da hingelegt. Und auch hier beim blauen dann dementsprechend. Und kaufen kann man die, sobald der kleine Marker da ist. Aber der geht nicht immer nur vor. Den braucht man natürlich auch, um andere Dinge zu bezahlen. So, dann hat er die beiden Karten schon mal abgehandelt. Jetzt gibt es noch diese Karte hier. Damit kann er sofort einen Steinbruch auf Level 3 bauen, ohne ihn bezahlen zu müssen. Denn man sieht hier schon, wenn man normalerweise ein Gebäude in den Steinbruch, also hier hinstellt, muss man dafür Happiness bezahlen. Also hier gleich wieder zurückgehen. Das muss er jetzt nicht. Das sieht nach einer perfekten Synergie aus. Wenn ich mir jetzt hier aussuchen könnte, welche von beiden Partien ich spielen würde in der normalen Partie, würde ich glaube ich die Dave-Partie spielen. Weil das sieht erstmal vielversprechend aus. So, das heißt, er nimmt hier das erste Gebäude weg. Hier ist zwar ein Brot abgebildet. Das muss man aber erst bezahlen, wenn wir in die Scoring-Phase kommen. Vorher nicht. Da steht die Sanduhr hier dran. Das heißt, alles was hier ist, müssen wir dann bezahlen. Und hier wird alles aufaddiert. So, sprich, wir haben ja hier die drei in einem dieser beiden Bereiche. Hier können wir diese Gebäude hinbauen, die uns dann quasi Ressourcen geben. Und da muss er jetzt eigentlich nur überlegen, ob er lieber eine weiße Ressource, also einen weißen Stein oder einen schwarzen Stein haben möchte. Soweit hat er jetzt als Minion tatsächlich noch gar nicht geplant. Aber er nimmt vielleicht eher mal die schwarze Ressource. Das heißt, er würde sich jetzt hier draufstellen. Das heißt, er bekommt sofort ein Grafit. Und die Produktion bei ihm geht in beiden Steinarten um eins hoch. Das heißt, er schiebt hier den Marker hoch. Und ich kann euch versichern, diese Produktion funktioniert anders, als ihr jetzt noch denkt. Aber das gucken wir uns gleich an. Jetzt müsst ihr normalerweise ein Happiness bezahlen. Das entfällt aber. Und dann sind auch schon alle Karten von Dave abgehandelt. Das heißt, auch diese beiden Karten hier können jetzt wieder zurück in die Schachtel wandern. So, dann haben wir noch diese Karten am Anfang bekommen. Das sagt einfach, wofür bekommen wir am Spielende nochmal Siegpunkte. Wir haben zwei Karten. Wir können uns einen davon aussuchen. Wir können am Spielende maximal drei davon werten. Und die müssen ein anderes Symbol haben. Also die gleiche Kategorie, wo wir geil sind, die kann man dann halt nicht irgendwie doppelt und dreifach werten. Das heißt, hier würde ich vier Punkte für jede Statue, die ich im Spielverlauf bekomme, mit denen ich den Göttern quasi huldige. Oder hier würde ich zwei Punkte für jedes Gold bekommen. Ein Punkt für jede andere Ressource. Bis zu einem Maximum von 20 Siegpunkten. Bei meiner letzten Partie habe ich hiermit richtig viele Punkte gemacht. Da habe ich alle sechs Statuen gebaut und habe dann dementsprechend 24 Punkte bekommen. Was schon mal mehr werden als die 20, die man hier maximal bekommen kann. Aber ich würde mal sagen, in der jetzigen Partie, nach meinem Startaufbau, nehme ich einfach mal diese Karte und lege die dann verdeckt hier ab. Und die andere Karte schmeiße ich weg. Und die andere Karte kommt dann hier unter den Punktestapel. Und Dave hat auch zwei Karten bekommen. Er kann entweder den Tempelkomplex noch einmal scoren. Also alles, was hier gebaut wurde, kriegt er dann quasi nochmal, aber nur seine eigenen Sachen. Oder drei Punkte pro Technologie-Karte. Er hat jetzt noch keine Technologie-Karte. Ja, aber er hat Zugriff auf relativ viele Karten. Ich glaube, er nimmt mal das, weil er vielleicht probiert einfach mal auf Karten zu spielen in dieser Partie. Und ja, dann nimmt er die, legt die halt verdeckt. Also normalerweise ist die verdeckt. Ich lasse die jetzt offen liegen, damit ihr das immer seht. Und ich auch dran denke. Und dann kommt auch hier die andere Karte wieder weg. Und ich werde jetzt auch gleich, wie gesagt, am Anfang alles ausführlich erklären, was ich so mache. Später dann nur noch das relativ kurz zusammenfassen, wenn ich die Aktion zum zweiten, dritten Mal mache. Außer es gibt da eine Besonderheit. Und jetzt haben wir tatsächlich eben durch diesen Startaufbau hier auch schon so eine gewisse Richtung, in die wir gehen können. Also er weiß, okay, er hat eh schon darauf gespielt, dass er hier vorangeht. Auf der Leiste gibt es natürlich auch Punkte. Aber eben auch Zugang auf die Karten. Für Karten bekommt er Punkte. Ist schon mal nicht schlecht. Ich habe hier, ich bekomme für Ressourcen am Ende Punkte. Ich habe die Karte, womit ich hier, wenn ich was baue, quasi so ein kleines Cashback bekomme. Ich brauche vielleicht noch eine andere Punkte-Karte hinten raus. Das heißt, ich muss hier auf dieser Leiste noch nach vorne kommen. Aber jetzt ist die Vorbereitung quasi abgeschlossen. Und jetzt kann das Spiel mit der ersten Runde, dem ersten Zug von Dave, weil Dave vorne ist, losgehen. So, Dave möchte jetzt gerne Karten nehmen. Sein Marker ist halt auch schon nach vorne. Das ist das, das ist ein Vorteil mir gegenüber. Den sollte er nutzen. Problem ist nur, wenn er hier Karten nehmen möchte, wenn er halt mehr als eine Karte nehmen möchte, braucht er Papyrus. Er hat aktuell nur ein Gold, also ein Papyrus. Das ist ganz schön doof. Also möchte er eigentlich lieber erstmal Papyrus produzieren. Da liegen aber gerade, naja, er könnte das sogar tatsächlich machen. Das macht er auch einfach mal. Komm, produzieren zeige ich euch dann gleich jetzt erste Aktion. Er nimmt hier diesen Zweierwürfel weg. Muss man sich merken, der liegt hier im Pure-Bereich. Wonach das Verteilbild zeige ich euch auch später. Ist jetzt noch unwichtig. Und das heißt, er produziert jetzt genau so viel Papyrus. Also in dem Fall zwei. Und legt das dann hier hin. Und da er diesen Würfel aus dem Pure-Bereich genommen hat, kommt er jetzt hier auf diese Seite der Waagschale. Und wir legen die Würfel immer in die entsprechenden Bereiche. Wir wollen, wenn wir vier Würfel genommen haben, also die Matphase ausgelöst wird, hier möglichst im Gleichgewicht sein. Auf jeden Fall mehr im Gleichgewicht als die anderen Spieler. Dann sind wir Startspieler, können zuerst so eine Ank-Karte aussuchen. Das ist also auf jeden Fall gut. Aber jetzt noch gar nicht so wichtig. Da muss man nicht so hart drauf spielen. Da kann man aber drauf spielen. Und das berücksichtigen. Wenn man das tut, schadet das auf jeden Fall nicht. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, warum hat er nicht die 5 genommen? Wie gesagt, Würfel kann ich von überall nehmen, außer die verbotenen Würfel. Und dann eben entsprechend ihre Farbe produzieren. Mit Grau kann man nie was produzieren. Ich hätte also auch die 6 nehmen können. Wäre natürlich doof gewesen. Dann hätte ich hier schon mal 6 Plus gehabt. Das ist zwar Plus, das ist nicht ganz so schlimm. Weil da gibt es keine Minuspunkte für hinten raus. Aber vielleicht ist es hier schwieriger, damit die Balance zu halten. Aber hier sind natürlich auch noch vereinzelt hohe positive Würfel. Aber wenn ich jetzt diesen 6er Würfel hier genommen hätte, aus dem Tainted-Bereich, dann würde Dave 6 Ressourcen produzieren. Aber da sein Produktionswert ja nur bei 2 ist, würde er nur 2 davon bekommen. Und die anderen 4, da war er zu gierig. Und die kommen dann hier auf die negative Seite der Waagschale. Und die zählen dann auch zur Balance. Das heißt, aktuell wäre seine Balance minus 2. Und das macht dann tatsächlich keinen Sinn. Deswegen lässt er den Würfel schon hier liegen. Bekommt hat die Ressourcen nicht. Sondern ist ganz sparsam und nimmt sich einfach nur 2 Ressourcen. Und das war dann auch schon seine ganze Aktion. Jetzt bin ich dran. So mir persönlich sind die Karten hier erstmal egal. Ich möchte gerne diese Aktion hier oft benutzen, um irgendwie da meine Sonderfähigkeit nutzen zu können, die ich durch diese Technologie habe. Diese weißen Karten, die hier liegen, die wirft man nach Gebrauch direkt wieder ab. Also möchte ich, weil ich ja auch beim Brot nicht in dieses Gierproblem kommen möchte, gerne meine Brotproduktion erhöhen. Das macht man hier. Der Diff hat ja hier auch hingebaut. Und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt hier die Wahl zwischen der 2 und der 5. Ich nehme einfach mal diese Grau 5. Die ist tainted. Also kommt sie hier hin. Jetzt mache ich halt hier diese Osiris-Gott-Aktion und baue hier hin. Das kostet mich pauschal immer, egal wo ich hinbaue, ein Happiness. Also gehe ich hier runter. Ich kann bis auf 0 gehen. Wenn ich auf 0 bin, darf ich mir keine Karten mehr nehmen, wenn ich diese Aktion hier mache. Und jetzt kann ich halt, ja, bauen. Und zwar normalerweise hier in den 5er-Bereich. Ich könnte, wenn ich wollte, auch einen Scribe ausgeben, um den um 2 zu erhöhen oder zu erniedrigen. Das heißt, ich könnte eine 6 draus machen. Ich könnte da irgendwie bis zu 3 hochgehen. Ich bin mit einer 5 aber eigentlich ganz zufrieden, glaube ich. Also spare ich mir das Scribe-Ding hier mal auf. Das heißt, die 5 gucke ich, kann ich hier in diese Reihe bauen. Nehme ich hier das Haus weg. Das Brot muss ich, wie gesagt, erst in der Scoring-Phase bezahlen und stelle das jetzt hier auf das Brot. Das heißt, ich bekomme sofort 2 Brot. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Also das ist zwar ein klassisches Mangelspiel, wo man auch mittendrin immer nie die Ressourcen hat, die man braucht. Kann sein, dass ihr am Ende hier 20 Ressourcen habt und die gar nicht benutzen könnt, weil ihr einfach andere Sachen machen müsst. So, und dann geht noch meine Brotproduktion um 2 hoch. Das heißt, jetzt kann ich bis zu 4 Brot produzieren, ohne gierig zu werden. Und wenn ich irgendwas hier auf 6 bringe, bringt mir das in jeder Scoring-Phase 2 Punkte. Da habe ich alles oben, würde ich da immer 8 Punkte, also zweimal wird ja gewertet, also insgesamt 16 Punkte bekommen. Da habe ich bisher immer eher so 4 bis 0 Punkte gesehen. Aber es gibt sicher auch Strategien, wo man da ganz gut mit abgehen kann, weil da eben das auch andere Vorteile bringt. So, und das war auch schon die ganze Aktion. Also wenn man einen Plan hat, können die Züge sehr schnell gehen. Alle meine 2 Spielerpartien waren so in ungefähr 90 Minuten fertig und ich glaube, oder zumindest alle nach der Lernpartie. Und ich glaube, wenn man das dann auch ein paar Mal gespielt hat, Erfahrung mit hat, dann sind 60 bis 90 Minuten, je nachdem wie grübelastig die Mitspieler sind, durchaus realistisch. So, Dave hat ja jetzt hier diese Scribes, er hat 2 Scribes und ein Gold, das könnte er jetzt theoretisch raushauen. Er hat hier einen 5er Würfel liegen, das macht er auch einfach mal, der ist auch pure. Das ist, naja, mal gucken. Und dann kommt er hier, das heißt, er ist hier jetzt bei plus 7. Dann gibt er 2, das sind keine Scribes, sondern hier Papyrus. Er gibt zweimal Papyrus und ein Gold, was als Joker-Ressource für alles genommen werden kann. Dann tut das zurück in den Vorraten. Jetzt darf er sich 3 Karten nehmen, entweder aus dem Bereich oder aus dem Bereich. Und wie bei fast allen im Spiel heißt es nicht, weil er hier ist, dass er quasi hier und hier, also alles ab da, was man freigeschaltet hat, plus schlechter nehmen kann. Auch wenn man nach hier, hier im Blauen ist, dann kann man nicht hier, hier, hier und hier nehmen. Zumindest nicht mischen. Ich kann nicht hier eine Karte nehmen, hier eine Karte nehmen und da irgendwie eine Karte nehmen. Die müssen alle aus einem Bereich kommen. Das heißt, er kann jetzt entweder 3 Karten von hier nehmen oder 3 Karten von hier. Und da nimmt er jetzt einfach, das ist eigentlich schon doof, eigentlich hätte er das vorher machen müssen. Aber das hatte ich eigentlich auch irgendwann mal vor. Also eigentlich wäre es toller gewesen, das zu machen. Er nimmt diese Karte, immer wenn er die Osiris-Gott-Aktion, also die hier macht, kriegt er für 2 Punkte. Da sind jetzt quasi schon mal 2 verschenkte Punkte. Und dann nimmt er noch diese Karte, immer wenn er die Hathor-Gott-Aktion macht und eine Säule baut, dann kriegt er nochmal 2 zusätzliche Punkte pro Säule. Das kann mega krass sein, wenn man darauf spielt. Das werdet ihr verstehen, wenn wir da hinten sind. Und er hat ja diese Karte hier, wo er für jede Technologie-Karte 3 Punkte bekommt. Das heißt, das sind auch schon mal 6 Pluspunkte. Das ist auch nicht so schlecht. Und da wir noch eine dritte Karte nehmen, dann nimmt er einfach mal diese Karte hier. Wenn er da Ressourcen produziert, dann produziert er einfach nochmal Ressourcen mit dem gleichen Würfel. Das ist echt gut, die legt er auch hier. Er kann die auf die Hand nehmen, aber es ist nicht schlimm, wenn die öffentlich sind. Und die Karten hier werden jetzt sofort nachgeführt. Und die gleichen nochmal. Das war vielleicht nicht so gut gemischt. Und dann kommen auch nochmal 2 Technologie-Karten nach. Und Dave hat die bezahlt. Er hat den Würfel dahin gelegt. Aktion fertig. Kann, wie gesagt, sehr schnell gehen. Bei 4 Spielern tatsächlich. Ich habe es bisher zu zweit und zu dritt gespielt. Ich denke, mit 4 Spielern gewinnt das Spiel nicht, weil die Downtime erhöht wird. Aber natürlich. Und ansonsten hat das irgendwie nicht wirklich eine kleine Änderung. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich so ein krasser Unterschied. Aber man kann zumindest mehr über seine Züge nachdenken. Wobei man eben auch immer nicht weiß, welchen Würfel habe ich dann zur Verfügung. Und da muss man nochmal von vorne nachdenken. Also zwei Spieler. Also zu zweit auf jeden Fall absolut Bombe. Zu dritt, wenn es alle können, auch richtig gut. Zu viert, wenn es alle können, alle Spaß dran haben und Bock drauf haben auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, müsst ihr einfach mal gucken, in welcher Spielerzahl sich das bei euch einpinnt. Aber als zweier Spiel kann ich es absolut empfehlen. So, jetzt bin ich dran. Ich möchte gerne produzieren. Hier liegt eine 2. Die 5 kann ich nicht benutzen, weil die verboten ist. Also nehme ich mal hier die 5 aus dem Tainted-Bereich. Jetzt bin ich da bei minus 10. Da muss ich auf jeden Fall gleich dran arbeiten, weil das wären 3 Minuspunkte. Das will ich eigentlich nicht, weil ich habe auch schon... Also die letzte Partie habe ich irgendwie mit 50 Punkten Vorsprung gewonnen. Aber die Partien davor, da waren wir 2 Punkte auseinander. Das kann also wirklich knapp sein am Ende. Und dann kann es daran liegen. Und das will man nicht. Also habe ich jetzt diese 5 genommen. Das heißt, ich produziere 5 Brote. Und gucke, mein Produktionswert ist auf 4. Das heißt, 1 kommt hier rüber. Das heißt, ich bin sogar schon bei 11. Aber immerhin habe ich jetzt richtig viel Brot. Und durch das Cashback sollte das hoffentlich lange reichen. Und ich habe ja auch hier für Ressourcen am Ende Punkte. Wobei, die werde ich jetzt gleich wahrscheinlich raushauen. Und das war dann auch schon die ganze Aktion. Also produzieren geht in der Regel relativ schnell. Aber das wird auch nicht so bleiben. Weil ihr seht ja schon, hier durch diese Technologiekarten, da kann es später auch coole Combo-Möglichkeiten geben. Und dann muss man vielleicht schon ein bisschen länger drüber nachdenken, was man macht. Und das auch in der Ausführung. Man will jetzt auch so mitspielen erklären, damit die auch wissen, dass man das richtig macht. Aber es dauert selten ewig. Außer man hat wirklich nur suboptimale Aktionen. Man muss ewig überlegen, was mache ich jetzt gut oder schlecht. Aber das kann man eigentlich in der Regel auch immer relativ gut vorbereiten. So, ich bin der letzte Spieler in der Reihenfolge. Es wird immer geguckt. Soweit ich zwei Würfel auf meinem Tableau habe, sind zwei Runden vorbei. Das heißt, die erste Rotation kommt. Weil wir haben ja gelernt, zwei Runden sind eine Rotation. Zwei Rotationen sind eine Matphase. Und zwei Matphasen sind ein Scoring. Und zwei Scorings sind ein Spiel. Ich hoffe, die Finger waren immer richtig. Das heißt, jetzt nehmen wir hier diesen Obelisten und drehen ihn. Wir haben uns irgendwie angewöhnt, ihn immer so rumzudrehen. Denn die Einleitung steht im Uhrzeigersinn. Das entspricht wahrscheinlich auch eher dem Sonnenverlauf. Meim Eindruck nach ist das vollkommen egal. Ich werde euch das jetzt nicht richtig zeigen, weil wir haben uns das so angewöhnt. Dann kann es sein, dass ich hin und her drehe und durcheinander komme. Aber eine Anleitung steht eigentlich im Uhrzeigersinn. Das könnt ihr gerne so machen. Und jetzt seht ihr, jetzt hat sich hier der Schattenwurf verändert. Jetzt ist hier der Obelisten wirklich Dunkelheit. Also sehr dunkler Schatten. Hier ist uns ein bisschen gräulich und hier ist die Sonne. Das heißt, wir gucken, passen die Würfel noch? Hier im Dunkeln sind weiße Würfel immer verboten. Ist richtig und gelbe auch. Hier graue Würfel sind generell immer in der Mitte. Das kann man sich ganz einfach merken. Die sind nie irgendwo anders. Und schwarze Würfel sind im Dunkeln aber gut. Das heißt, im Dunkeln sind dunkle Würfel gut und helle halt böse. Da vorne ist es direkt andersrum. Also bleiben diese Würfel hier alle so liegen. Hier im Schatten sind braun und gelb gut. Das heißt, die beiden wandern hier hoch. Hier kann man auch gucken. Grau bleibt immer in der Mitte. Und weiß und schwarz ist hier immer und grau ist immer all tainted. Verboten ist nie was hier auf dieser Schattenseite. Und hier sind wir jetzt in der Sonne. Das heißt, der Würfel ist gut und der Würfel schlecht. Das ergibt sich schon. Das hier bleibt, weil vorher war das ja so. Das heißt, hier hat sich jetzt nichts geändert, weil beides ist im weißen Bereich. Vorher hätte man aber eigentlich noch pro Spielerzahl zwei Würfel aus dem Beutel ziehen müssen. Die Würfel und in den entsprechenden, also in den grauen Bereich und in den anderen grauen Bereich legen müssen. Und da gucken wir jetzt auch. Braun ist pure und grau haben wir gelernt jetzt immer in der Mitte. Das heißt, wir haben auch immer konstant wieder Würfel zur Auswahl. Und dann geht es weiter einfach. Dave ist ja Startspieler. Das heißt, er darf sich zuerst das aussuchen. Er hat jetzt das Problem. Er hat zwar coole Karten, aber gefühlt keine Ressourcen. Er muss also irgendwie mal Ressourcen produzieren. Aber denkt sich mal, weißt du was? Ich nehme mir hier mal diesen Zweierwürfel. Der ist hier halt jetzt tainted. Das heißt, der kommt hier auf diese Seite. Jetzt ist er schon mal ein bisschen mehr in der Balance. Das heißt, er darf jetzt hier in diese Zweierreihe bauen. Das kostet ihn ein Happiness. Das muss er wieder hochkriegen, sonst darf er nur noch von hier vorne Karten kaufen. Und dann nimmt er das nächste Haus, kann das irgendwo in die Zweierreihe bauen. Und dann möchte er gerne schon was mit Karten machen, also Papyrus. Das heißt, er bekommt sofort ein Papyrus und seine Papyrusproduktion geht um einen hoch. Ob das jetzt der beste Zug war, wird sich am Ende zeigen. Wobei ich euch nur mal bis zur ersten Scoring Phase das Spiel zeigen werde. Dann sollten wir auch einmal alles gesehen haben. Na, dann kommt er da hin. Wer zuerst die Zweierreihe baut, der bekommt dafür das Gold. Also er hat doch noch eine Ressource mehr gemacht. Und weil er ja hier die Osiris-Aktion gemacht hat, bekommt er dafür sofort zwei Punkte. Also jedes Mal bauen, zwei Punkte. Wir haben eigentlich immer so vier, fünf, sechs, sieben Mal da gebaut. Kann sich auch schon läppern. So, dann bin ich dran und ich werde jetzt diese Hathor-Aktion hier nutzen, um am Tempel zu bauen. Eigentlich hätte ich lieber vorher die Ra-Aktion gemacht, um eine Säule zu bauen. Aber wenn ich eine Säule baue, möchte ich vorher die Hathor-Aktion nutzen. Das werdet ihr gleich sehen. Da muss man einfach mit irgendwas anfangen. Und tatsächlich wäre die andere Aktion vielleicht die bessere. Aber da fehlen mir die Ressourcen für. Ja, nee, ich mach das mal so. Ich bin ja hier bei minus 10, sogar minus 11. Ich nehme hier einfach mal die 6. Die Farbe ist hier tatsächlich auch relativ egal. Lege die 6 dann hier hin. Jetzt bin ich also nur noch quasi, die haben sich aufgehoben mit 5 im Minus. Aber das kriege ich sicher auch noch hin. Das heißt, jetzt gucke ich, hier steht drauf, gebrot ab, baue Haus hin. Ich möchte gerne hier hinbauen. Das kostet mich viel Brot. Zu zweit sind nur diese Bereiche hier frei. Zu dritt kann man noch hier und hier hinbauen. Und zu viert auch noch die beiden. Hier muss man ein Statuen mit einer anderen Aktion hinbauen. Aber ich würde jetzt einfach 4 Brote ausgeben. Dann würde ich ein Haus dorthin setzen. Das stelle ich jetzt hier hin. Dann wird geguckt. Das erste, was ich jetzt prüfe, ist, jede Ressource einmal, die in der Reihe oder Spalte abgebildet ist. Ich habe ja hier diese Reihe gebaut. Also gucke ich, welche Ressourcen es da gibt. Und zwar einmal diesen weißen Stein. Da ist zwar zweimal der schwarze Stein abgebildet. Aber es gibt jede Ressource nur einmal. Dann noch ein Gold, ein Brot und ein Papyrus. Das ist also auch nicht schlecht. Ich habe jetzt richtig viele Ressourcen. Und Dave ist da ein bisschen neidisch drauf. Dann wird geguckt, wie viele eigene Säulen. Dieses Männchen mit dem Ausrufezeichen hat es immer eigene. Von mir Säulen habe ich da. Dafür wird es 3 Punkte geben. Also wird sich das deutlich mehr lohnen, erst die Säulen zu bauen. Aber wenn ich da Säulen drauf stelle, dann sieht man die Ressourcen nicht mehr. Also immer doof und man kriegt auch, wenn man die Säulen baut, wiederum Punkte für Gebäude, die ja schon stehen. Also irgendwo muss man anfangen. Und dann guckt man, welchen Würfe hat man genommen. Die Zahl da drauf ist wichtig. So weit geht die Bevölkerung vor. Da ich ja hier die 6 genommen habe, geht meine Bevölkerung um 6 Schritte. Also von 5 auf 11 vor. Wir wissen ja, der Happiness-Marker darf nie weiter sein als der Bevölkerungsmarker. Also habe ich da jetzt viel Luft, aber ich brauche auch viel Happiness, weil ich habe gerade fast gar nichts mehr. Und kann gleich nicht mehr mehr Karten nehmen. Das wäre doof. Und dann, da ich ja diese Technologie habe, die netterweise nicht mal einen Namen hat, das haben die alle immer nicht, bekomme ich direkt ein Brot zurück. Das heißt, es ist ganz gut, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne irgendwie hier diese, ich baue da ganz viel Strategie fahren. Ich bekomme halt immer das Brot, das ich brauche. Auf den äußeren Plätzen wird es auch immer ein bisschen billiger. Dafür bekommt man da auch nicht so coolen Kram. Aber das befeuert sich zumindest so ein bisschen gegenseitig. Das hatte ich gestern auch hier beim Statuenbauen. Das ging echt gut ab, aber da lief auch alles optimal. Das wird hier jetzt wahrscheinlich nicht so sein. So, da ist Dave wieder dran. Dave hat 3 Würfel, das heißt, er nimmt seinen 4. Würfel und danach kommt dann schon die erste Mart-Phase. Wir wissen ja, 2 Mart-Phasen sind ein Scoring, 2 Scoring sind ein Spiel. So, Dave ist da ganz fokussiert. Er möchte einfach hier gleich wieder Karten aus tollen Bereichen nehmen können. Das heißt, er macht diese Aktion hier, die ihm 2 Papyrus kostet. Das ist schon echt hart, weil er braucht das Papyrus auch, um die Karten benutzen zu können. Aber er macht, eigentlich ist das ganz schön doof. Er nimmt mal die 4 hier, zahlt dann 2 Papyrus, also 1, den er hat und 1 Gold. Mal gucken, ob Dave das gewinnt. Aber es läuft oft so am Anfang und dann hinten raus, denkt man so, wow, das ging jetzt doch ganz schön gut ab. Ich hoffe, das war eine 4. Legt die hier, das heißt, das ist er hier bei plus 1. Das ist gar nicht so verkehrt. Dann darf er den Happiness-Marker um 4 vorsetzen. 1, 2, 3. Weiter geht nicht, weil der Happiness-Marker darf ja nie weiter als die Bevölkerung sein. Und weil er eine 4 genommen hat, bekommt er einen Scribe. Hat jetzt also auch immerhin zwei Scribes. Mal gucken, wie gut das so wird. Aber er ist jetzt quasi durch für diese Runde. Und ich würde jetzt echt gerne so eine Säule hier bauen. Das heißt, ich nehme vielleicht mal die 5. Das passt auch ganz gut. Eine andere 5 wäre auch nicht. Obwohl, so Karten nehmen könnte ich ja. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann hätte ich noch mehr Ressourcen. Ich mache das einfach mal. Ich glaube, das lohnt sich. Mal gucken, ob sich das lohnt. Ich würde jetzt, weil ich möchte mir gerne drei Karten nehmen. Ich bin ja hier noch in dem hellen Bereich. Das heißt, ich darf von hier Karten nehmen. Und ich finde die eigentlich alle drei ganz gut. Das heißt, ich gebe jetzt zwei von diesen Scribes aus, um die Anubis-Aktion zu machen. Die gebe ich jetzt weg, lege die zurück in den Vorrat. Und jetzt darf ich irgendeinen Würfel hier nehmen. Wirklich jeden. Jeden Würfel, den ich möchte. Die Farbe ist auch vollkommen egal. Nur die Zahl ist wichtig. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme hier diese... Ah, der Anubis ist doch nicht so geil. Ja, das ist doch nicht so geil. Weil wenn ich diese Anubis-Aktion mache, dann kommt der Würfel hier unten hin. Und dann bin ich hier echt hart in der Disbalance. Und das wäre gar nicht so gut. Aber ich mache das trotzdem mal. Egal, ich mache das. Das heißt, ich habe jetzt hier die 5 genommen. Aber ich darf sagen, mit dem Würfel jetzt jede Aktion machen. Vollkommen egal, was da sonst so ist. Ich bin da vollkommen frei. Nur die Zahl ist wichtig. Da es eine 5 ist, muss ich drei Papyrus ausgeben. Ich habe zwei Papyrus. Ich benutze ein Gold als weiteren Papyrus. Und dann nehme ich mir hier einfach alle drei Karten, die da liegen. Wenn ich jetzt einmal Ressourcen produziere, kann ich diese Karte ausspielen. Und bekomme vier Limestones dazu. Und wenn ich diese Karte auch noch dabei ausspiele, bekomme ich auch noch drei Gold. Das heißt, das Gold bekomme ich auf jeden Fall wieder. Und immer wenn ich hier die Tots-Action mache, also die, wo ich halt Karten nehme, bekomme ich ein Papyrus wieder. Also auch da so ein kleines Cashback drin. Das ist gar nicht so schlecht. Leider habe ich nicht die Karte, wo ich irgendwie extra Punkte bekomme, wenn ich Technologiekarten habe. Aber das ist hoffentlich eine gute Aktion gewesen. Dann wird hier eben auch jeweils nachgefüllt. Aha. So, eine Technologie, wo man Scribes als Gold benutzen kann. Und wenn man das macht, bekommt man dafür einen Punkt. Mega nice. Also diese Karten hier machen für mich das Spiel so extrem gut und spaßig. Weil, also bei Theo ist es ja so, da war irgendwie alles gleich. Und immer irgendwo lang gehen und gucken und was nehmen und so. Aber dann haben mir irgendwie die Karten gefehlt. Ich habe Theo auch nur zweimal gespielt. Deswegen da, wenn ich irgendwas dazu sage, das immer mit dem Wissen quasi im Hintergrund nehme. Aber mein Mantra ist ja immer, Karten machen Spiele in der Regel immer besser, je nachdem, wie die eingesetzt werden. Und so wie sie hier sind, das, wie gesagt, kann sein in euren ersten Partien, dass ihr denkt, wow, das ist mega unbalanciert und kann dadurch völlig aus dem Ruder laufen. Vielleicht ist das so, dass wir ja wissen, wie Leute von 50, 60 Partien gespielt haben. Aber es macht Spaß. So, wie ihr geguckt. Ich habe jetzt vier Würfel auf meinem Tableau. Das heißt, es gibt wieder eine Rotation. Wir drehen das Ganze wieder. Jetzt ziehen wir Würfel. Wir haben hier aber keine Würfel mehr drin. Das ist immer eine gute Erinnerung. Matphase. Matphase gucken wir jetzt. Ich habe hier 6 und hier 11. Also eine Differenz von minus 5. Also schiebe ich meinen Marker hier auf die minus 5. Und Dave hat hier 7. Dort hat er 6, also plus 1. Also schiebt er seinen Marker hier hin. Jetzt gucken wir. Ich kriege erstmal einen Punkt abgezogen. Und das gilt auch nur für den negativen Bereich. Hier im positiven Bereich, da passiert einfach gar nichts. Und dann wird die Reihenfolge neu festgelegt. Und zwar wird geguckt, wer ist in der Mitte oder näher an der Mitte dran. Das ist in dem Fall Dave. Also kommt er auf die 1, ich auf die 2. Die Spielereihenfolge bleibt so. Wenn das jetzt so gewesen wäre, ich bei minus 2, er bei plus 2. Dann wird geguckt, wer hat die höhere Ank-Karte. Dave hat die 2. Also ist er höher als meine 0. Dann wäre er quasi. Auch wenn wir hier beide auf dem gleichen Feld gewesen wären, würde man auch auf die Ank-Karte gucken. Also ist Dave hier in jedem Fall vorne. Die Punkte, die hier stehen, die gibt es erst am Spielende. So, dann können die Würfel hier weg. Und die Ressourcen, die hier liegt, kommt auch weg. Die bleibt dann nicht das ganze Spiel über. Da steht nochmal extra in der Anleitung wichtig. Ressourcen, die da liegen, darf man natürlich nie ausgeben, um damit irgendwas anderes zu bezahlen. Das wäre schön, wenn man so leicht aus der Nummer rauskommen würde. Jetzt ziehen wir wieder Spieleranzahl an Würfel, legen das in den entsprechenden Bereich. Also hier in den Schatten gedreht haben wir ja schon. Die sind beide sogar pure. Das ist nicht schlecht. Gefühlt ist immer mehr tainted als pure. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen Zufall. Oder man wird sehen. Das kommt alles in den neutralen Würfel. Beziehungsweise die beiden sind jetzt auch pure. Das ist eine hohe Zahl. Wir in der ersten Partie gefühlt immer nur niedrige Würfel oben bei pure und hoch halt bei tainted. Jetzt gucken wir wieder bei den anderen. Grau ist immer in der Mitte. Das bleibt auch so. Der hier ist jetzt tainted, weil er jetzt ja in den Sonnenbereich gerutscht ist. Die beiden hier bleiben in der Sonne. Das bleibt also so. Hier im Schatten, das habe ich schon hingelegt. Hier ist jetzt das auch alles so. So, der hier ist verboten und der ist verboten. Der hier, das sieht man hier von oben wahrscheinlich eh nicht, ganz schwach, ist jetzt auch hier. Und der im Dunkeln, der schwarze Würfel, ist natürlich super pure. Ich hoffe, das liegt immer alles richtig. Falls nicht, hoffe ich, dass ihr das System verstanden habt, nachdem es geht. Und dann könnt ihr einfach Fehler in die Anmerkung schreiben. Aber das ist ja irrelevant. Wenn ihr gesehen habt, habe ich es gut erklärt und ihr habt es verstanden. So, und dann kommen wieder alle Ankh-Karten in die Mitte. Da Dave ja erster Spieler ist, kann er sich jetzt überlegen, welche dieser Karten er gerne hätte. Und er hätte, glaube ich, gerne die, die, um bei uns in vorne zu sein. Mit diesen Markern kann man hier nochmal einen Ausgleich schaffen, wenn da irgendwie was nicht in der Balance ist. Aber er braucht dringend Ressourcen. Er nimmt mal die Karte hier und bekommt dann eben ein Gold in seinen Vorrat. Und jetzt kann ich mir überlegen, was ich gerne hätte. Und ich brauche eigentlich auch dringend Happiness. Ich nehme mal die Karte und sage hier, der Marker geht vor. Alternativ könnte ich auch den hier noch ein vorschieben. Aber da ist schon noch eine kleine Diskrepanz. Vor allem gibt es eine Wertungskarte, wo man am Ende den Abstand von dem eigenen Happiness-Marker zum anderen Happiness-Marker an Punkten bekommt. Ich weiß noch nicht, was Dave da hat. Also im Normalfall weiß ich es nicht. Und das möchte ich eigentlich auch nicht, dass er da 20 Punkte bekommt, weil ich da nicht vorgegangen bin. Aber es kann sein. Man hat nur noch 16 Aktionen. Wir haben jetzt ein Viertel des Spiels gesehen. Die Hälfte quasi von diesem Video. Und da kann man nicht alles machen, was man möchte. Leider, leider, leider. Die anderen Karten kommen dann erstmal wieder beiseite. Dann geht es los. So, Dave möchte einfach mal, dass sich irgendeine Produktion so richtig lohnt. Er nimmt jetzt hier diese Pure 5, legt die hier natürlich auf die Waagschale, bezahlt jetzt ein Happiness. Hat der auf jeden Fall noch genug. Dann macht er sogar aus dieser 5 mit diesem Scribe eine 6. Das heißt, es wird auch wirklich auf eine 6 gedreht. Jetzt kann er hier unten hinbauen. Nimmt also ein Haus. Das Brot muss man erst in der Scoring-Phase. Gedreht. Jetzt kann er hier unten hinbauen. Nimmt, bezahlen. Und er möchte gerne, dass sich eine Produktion mal so richtig lohnt. Das heißt, er geht. Na, hier wäre eigentlich auch nicht schlecht, weil da gibt es auf jeden Fall deutlich mehr Punkte für. Hier werden gleich noch Punkte gewertet. Aber er möchte Papyrus. Das heißt, er baut hier und kriegt dafür sofort zwei Papyrus. Und seine Papyrus-Produktion geht um 1, 2 hoch. Und eine beliebige andere um 1. Er könnte die nochmal hochsetzen, damit er dafür dann die Punkte bekommt. Aber er sagt mal, naja, irgendwann will er auch ein Statuum bauen. Vielleicht, ja, man muss ein Statuum bauen, glaube ich. Also geht er hier noch um 1 hoch. Dann kriegt er zumindest überall immer 3. Er hat hier eine 6. Das heißt, wenn da ein bisschen Gier hinkommt, ist auch gar nicht so schlimm. Und die Reihe ist jetzt auch ziemlich safe. Für die Punkte ist immer wichtig. Werden mehr gebaut und bei Gleichstand werdet höher gebaut. Gucken wir uns gleich an. Das heißt, ich bin wieder dran. Ich mache einfach mal das Gleiche wie vorhin. Also ich gebe jetzt 4 Brot aus. Bekomme dann 1 Brot Cashback. Das lege ich mir hier schon mal hin. Aber am besten auch mal irgendwie alles der Reihe nach machen. Wenn ihr das Spiel richtig spielt, nehme mir hier dann die 6 weg. Lege die dementsprechend hier hin. Dann habe ich 4 Brote ausgegeben. Das heißt, ich kann wieder hier einen hinstellen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann bekomme ich auch da jede Ressource wieder einmal. Also einmal Brot. Einmal Papyrus. Einmal Gold. Einmal diesen Stein. Und einmal diesen anderen Stein. Das ist also jetzt schon mal hier echt nicht so schlecht, was ich an Ressourcen liegen habe. Es ist gefühlt dann, wenn man die jeweilige Aktion macht, auch immer gleich wieder weg. Dann gucke ich, Säulen habe ich da immer noch nicht. Aber mein Population Marker geht um 1, 2, 3, 4, 5, 6 vor. Das hier triggert ja nur, wenn da mein Happiness Marker ist. Und wichtig hier, diese Dreiecke. Wenn mein Happiness Marker da ist, bekomme ich pro Dreieck, unter dem ich stehe. Oder in dem ich halt vorbeigegangen bin, das quasi links von mir ist. 3 Siegpunkte. Auch nicht wenig. Da kann man hinten immer nochmal 5 mal 3, 15 Punkte machen. Und das zweimal, wenn ich das vom ersten Scoring schaffe. Würde ich sagen, ist unmöglich. Aber ich habe es von der letzten Woche geschafft, alle Statuen vom ersten Scoring zu bauen. Geht also sicher, wenn man weiß wie, beziehungsweise die richtigen Karten da fällt. Also da ist es tatsächlich auch, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie Terraforming Mars. Ich kann hier natürlich groben Plan haben, was ich machen will. Aber ich muss auch mal gucken, was für Karten gibt es. Und wenn die Karten auf einmal sagen, nimm mich und geh einen anderen Weg. Dann macht man das vielleicht und gewinnt dann damit. Das ist halt so, ich bin jetzt nicht wie bei einem Schach, so 100% meines eigenen Glückes Schmieds. Aber ich habe hier halt Optionen, die da liegen. Und Entscheidungen, wo ich mich entscheiden muss, welche dieser Optionen hätte ich gerne. Und die können dafür sorgen, dass, wenn ich das richtig nutze, dass alles gut zusammenläuft, ich damit richtig fette Punkte mache. Und das fühlt sich super gut an, wenn das klappt. Wenn nicht, sagt man halt so, lief nicht, doofe Karten, Glücksspiel. Aber wenn es läuft, ist es mega. So, Dave spielt tatsächlich ein bisschen langweilig. Er macht das wieder mit dieser Kartenaktion. Das heißt, er nimmt hier mal die, will eigentlich gerne zwei Karten haben, weil er auch zwei Papyrus hat. Eigentlich will er so gerne drei Karten haben, aber da kommt er gerade nicht ran. Außer, er macht das anders. Er nimmt erst hier die sechs, produziert damit Ressourcen. Die war ja, glaube ich, auch pure. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, ich habe sie aus dem richtigen Bereich genommen. Das heißt, er produziert hier sechs Papyrus. Einer kommt dann rüber in den Tainted-Bereich. Das ist ja gar nicht so schlecht. Dann kommt er die hier alle, legt einen dorthin und er wird viele Karten in diesem Spiel ziehen, weil jetzt spielt er die Karte, wo er nochmal produziert. Das ist die gleiche Ressource zweimal. Das heißt, er hat hier zwei, drei, vier, fünf und der andere kommt wieder hier hin. Und ja, ich dachte, ich würde mehr kriegen, weil ich meine Karten gerade bei Dave gesehen habe. Da dachte ich hätte auch schon die Brotkarte. Habe ich aber gar nicht. Also ja, das ist jetzt ein Haufen Papyrus, den es da gibt. Darum wird sich Dave erstmal keine Gedanken mehr machen müssen. Hat jetzt aber auch vom Scoring nur noch zwei Aktionen. Also er muss noch zu sehen, dass er irgendwo Punkte herbekommt. Ich arbeite da jetzt tatsächlich mal dran. Ich muss hier die fünf nehmen, weil das der einzige Würfel ist, der da liegt. Der ist leider auch wieder im Pure-Bereich. Legt den dann auch hier hin. Jetzt mache ich halt diese Ra-Aktion. Heißt, da ich die fünf genommen habe, muss ich dieses Plättchen hier nehmen. Ich kann nicht tiefer nehmen. Da brauche ich die entsprechende Zahl für. Da ich dieses Plättchen nehme, bekomme ich dafür eins, zwei, drei Punkte. Bin jetzt also schon mal ran. Muss dann an Ressourcen zahlen, was hier oben angegeben ist. Also drei von diesem Limestone. Vier sogar. Ich habe nur drei. Aber ich habe ja Gott sei Dank auch noch Gold. Also gebe ich noch ein Gold als Joker-Ressource aus. Jetzt kann ich auch gucken. Hier hinten ist quasi Schatten zu sehen. Wenn der Obelisk mit dem Schatten darauf zeigen würde, würde ich beim Platzieren diesen Vorteil hier bekommen. Also zwei Happiness. Leider ist das nicht der Fall. Also überlege ich jetzt, wo lege ich es hin. Ich lege das Ganze mal gerne hier hin. Bekomme dann dementsprechend ein Gold als Platzierungsbonus. Also auch gut. Dann stelle ich da eine meiner Säulen drauf. Und dann handele ich auch hier wieder einfach diese Liste ab. Ich gucke erstens Gebäude. Und zwar egal, ob eigene oder fremde. Ein Gebäude, zwei Gebäude, Reihe und Spalte. Das heißt, dafür bekomme ich zwei Punkte. Ziehe also einen Dave vorbei. Dann gucke ich. Farblich passende Ränder habe ich jetzt gerade nicht. Ich bin leider absolut rot-grün und deswegen hoffe ich, dass das hier die gleiche Farbe... Ist das die gleiche Farbe? Ich glaube, das hier ist die gleiche Farbe da hinten. Da muss ich tatsächlich immer meinen Mitspieler fragen. Aber das hier sieht auch schon sehr ähnlich aus wie mich. Also hätte ich das hier eingebaut und hätte das gematcht, würde ich dafür einen Punkt bekommen. Wenn jetzt irgendjemand anders hier was hinbauen würde, wo die Farbe passt und die Farbe passt, gibt es dafür zwei Punkte. Dafür kann man also auch nochmal gut Bonuspunkte bekommen, aber da da nichts liegt, bekomme ich das nicht. Ich wollte gerne das Gold und die beiden Punkte dafür haben. Wobei das auch wieder doof ist. Ne, ne, ich baue das mal lieber hier hin. Ich gebe das Gold zurück, bekomme dann dafür jetzt zweimal diesen Grafit. Dann kann ich nämlich gleich auch meine Säule bauen. Dann kriege ich leider einen Punkt weniger. Aber wenn ich jetzt hier ein Gebäude reinbaue, würde ich dafür drei Punkte bekommen, weil da eine eigene Säule ist. Das hier ist tatsächlich das, was nicht so ganz klar ist. Das muss man spielen erleben, gut erklärt bekommen. Das ist auch nicht kompliziert. Da steht auch tatsächlich alles hier drauf. Und das hat man auch nach, also ich habe es dann so, ne, die Lernpartie nehme ich mal raus. Die erste Partie. Und ab der zweiten richtigen wusste ich dann immer sofort 100% wie das da funktioniert, wofür ich da Punkte bekomme. Aber das ist für mich persönlich der kniffligste Part beim Spiel zum Reinkommen, zum Grundverständnis. Wie passt das alles so zusammen, ne? Wofür kriege ich da Punkte? So, und das letzte hier heißt, den Verziehungsbonus nehmen. Den habe ich mir schon genommen. Jetzt wird hier nach rechts, ne, nach rechts wird aufgerückt tatsächlich. Habe ich, glaube ich, richtig im Kopf. Und dann wird auch hier einfach irgendwas nachgefüllt, zufällig. So, jetzt ist genau das passiert, was beim Spielen von zwei Charakteren manchmal passiert. Ich habe nach meiner Aktion direkt Daves Aktion gemacht. Eigentlich hätte man drehen müssen, neue Würfe hinlegen müssen. Deswegen liegt alles noch so wie eben. Das passiert, tut mir leid. Aber da kann man jetzt doch denken, okay, das könnte vielleicht auch im Spiel passieren. Tatsächlich ist das möglich, wenn keiner darauf achtet. Aber in all unseren Partien ist das eigentlich immer nicht passiert. Weil auch gerade ich als hier und der Spiel kannte, habe da eigentlich schon immer ein Auge drauf gehabt. So, aha, ne, immer wenn da zwei, vier Würfe liegen, dann wird eben gedreht. Das ist jetzt einfach so ein Handlingfehler. Das hat aber für das Video an sich sonst keine Relevanz. Außer, dass ich jetzt gleich zweimal drehe. Und Dave will gerade die Kartenstrategie fahren, also er will viele tolle Karten kaufen, um damit irgendwie coolen Kram zu machen. Aber er muss mal seinen Marker hier hochbekommen, damit er Zugriff auf die anderen Regionen hat, wo dann einfach noch mehr, noch bessere Karten liegen, wo Endgame-Karten liegen, wo er da nochmal Punkte bekommt. Weil er wird im Spiel, glaube ich, nicht so viele machen. Dafür muss er aber hier mit hohen Würfeln bauen, um seinen Bevölkerungsmarker nach vorne zu bringen. Und dann muss er eben auch noch die Happiness hochbringen mit den Würfeln hier, um den Happiness-Marker hinterher zu bringen. Und da hilft ihm jetzt tatsächlich sein ganzes Papyrus nichts. Das heißt, er nimmt einfach mal diesen Dreierwürfel hier, der auch Fida Pure ist. Das ist eigentlich, nee, nee, nee. Er nimmt mal diesen Fünferwürfel, das ist jetzt tatsächlich sogar sehr praktisch. Der kommt hier hin, er produziert dann drei Brote, also fünf, aber drei bekommt er in sein Vorrat. Und die anderen beiden, weil er überproduziert und gierig ist, kommen hier halt auf die negative Waagschale. Aber das ist für ihn natürlich ganz gut, weil jetzt ist er hier schon ein bisschen, ne, ist er hier bei zwölf, hier ist er jetzt bei neun. Also wenn er jetzt noch ein Minus-Drei-Würfel dahin legen könnte, dann wäre es absolut perfekt. Da bekommt er jetzt leider keinen Bonus, hat er keine Karte mehr für. Schade. Dann bin ich dran mit meiner vorletzten Aktion vor dem Scoring. Und da würde ich jetzt gerne diese Horus-Aktion machen, eine Statue bauen. Und zwar muss ich gucken, ich möchte hier gerne hinbauen. Dafür brauche ich eine Fünf. Und das funktioniert natürlich nicht, weil wenn ich da eine Statue hinbaue, bekomme ich immer den Vorteil, der dahinter steht, wenn Dave eine Aktion macht. Das ist ja doof. Ich möchte das aber unbedingt machen, also muss ich jetzt, weil ich das nicht bedacht habe, kurzfristig meine Pläne ändern. Und mache jetzt diese Aktion hier. Also gebe ich ein Papyrus und ein Gold aus. Nehme mir hier diese zwei. Dann gehe ich hier ein, zwei Schritte vor. Ist jetzt nicht die Welt, aber weil ich nur eine Zwei genommen habe, bekomme ich zwei Scribes. Und mit zwei Scribes kann ich ja später irgendeinen beliebigen Würfel nehmen. Zum Beispiel die Fünf, mit der ich das genau machen könnte. Die darf jetzt Dave natürlich nicht wegnehmen. Deswegen macht es Sinn, nicht immer über alle seine Pläne zu reden. Aber jetzt bin ich natürlich auch diese wertvollen Ressourcen los. Und tatsächlich, so sind die in meinem Gefühl nach alle ähnlich wichtig. Also ein Gold, ne, jetzt zu sagen, oh, ein Gold für ein Brot, das ist ja gar nicht wertig genug. Doch. Das ist übrigens tatsächlich auch schon die ganze Aktion. Das macht genau das. Man gibt zwei Papyrus aus, setzt den Marker entsprechend vor, kriegt vielleicht eine Belohnung. Fertig. Also ganz, also mit die einfachste Aktion im Spiel. Vielleicht damit anfangen beim Erklären. Und man kommt eh, ne, von hier muss man hier das sagen. Also man kommt immer von einer zu anderen Aktion, weil die bedingen sich irgendwie fast alle. So, dann ist Dave dran. Und Dave macht jetzt diese Aktion, weil er damit ja auch seine Bevölkerung hochkriegt. Er hat hier drei Brote. Mehr braucht er gar nicht, weil die Viererfelder sind schon weg. Also kann er sagen, komm, er nimmt mal hier, er muss, ne, neun. Aha, das ist jetzt doof. Da wir das gerade, ne, hätten wir besser planen können. Er nimmt jetzt diese Tainted 5, legt die hier hin. Das heißt, er ist jetzt hier bei 14, also bei insgesamt minus zwei. Aber das ist okay. Gibt dann halt die drei Brote aus. Nimmt er, das ist auch nicht so gut. Doch, geht aber. Weil er braucht ja gleich Brot, das er hier bezahlen muss beim Scoring. Er hat, ne, keine Aktion mehr. Aber das Problem kann er lösen. Indem er sich hier hinsetzt. Dann bekommt er ja einmal den schwarzen Stein. Einmal ein Brot. Einen weißen Stein. Ein Papyrus. Das braucht er auf jeden Fall. Und einen so einen Faithmarker. Das ist auch gar nicht so schlecht. Und jetzt hat er ein Brot und ein Gold. Ne, damit, das kann er sich hier auch hinlegen. Das meint er jetzt eh nicht ausgeben. Aber damit hat er das quasi bezahlt. Und ich hoffe, dass er dieses ganze Papyrus auch noch ausgeben wird. Das ist halt Dave, der freut sich über Karten. Mal gucken, ob er damit dann gewinnt. Das werden wir nicht erfahren, weil ich werde das nicht komplett zu Ende spielen. Ja, ist dann damit quasi durch. Ich habe jetzt meine letzte Aktion. Und um das Video rund zu machen, baue ich jetzt eben noch die Statue. Die letzte Aktion. Ich möchte ja unwahrscheinlich gerne hier hinbauen, weil ich denke, Dave wird sein ganzes Papyrus benutzen, um hier noch richtig viele Karten zu kaufen. Damit wird er wahrscheinlich richtig hart gewinnen. Übrigens, Profis wird es aufgefallen sein. Da mein Bevölkerungsmarker schon hier im blauen Bereich ist, werden hier überall schon Karten hingelegt. Sobald er hier in diesem grau-grünen Bereich kommt, werden hier Karten hingelegt. Und sobald er hier ist, werden die hier hingelegt. Die kann man noch nicht kaufen. Dafür sind die Marker zuständig. Aber die legen die erstmalig hin. Und dann kann man schon mal so ein bisschen planen, ob das Sinn macht, da hochzugehen. Wobei man auch immer, wenn man die sagt, so macht, einfach Pyros ausgeben kann, um Karten in einem Bereich einmalig auszutauschen. Also legen wir hier mal Technologien hin. Oha, hier. Die sind immer echt gut. Zweimal hier diese Blessings, wie sie heißen. Und dann dreimal die Endpunkte-Geschichten. Drei pro Leftover Scribe. Da habe ich gestern 15 Punkte mitgemacht. Drei pro Bäude um den Tempelkomplex herum. Und zwar eigene Gebäude. Das ist auch nicht so schlecht, wenn man da viel baut. Und hier gibt es 5 Punkte pro Statue, die man für die People gebaut hat. Also jede Statue, die man nicht hier um den Obelisten herum baut, sondern die man irgendwo anders hin baut. Aber jetzt komme ich. Dave hat die 4. Ja, aber das ist gar nicht so schlimm. Dave hat ja... Ich wollte ja diese beiden benutzen, um so einen Fünfer-Würfel mir einfach so zu holen. Aber viel besser ist natürlich. Ich meine, da liegt ja eine 6. Die 6 nehme ich. Ich lege die hier hin. Benutze einen Scribe, um den auf eine 5 zu drehen. Ich kann den halt bis zu 2 reduzieren. Man kann nicht aus einer 6 eine 1 machen. Jetzt bin ich hier auch noch ein bisschen besser in der Balance tatsächlich. Und habe halt auch nur 1 Scribe ausgegeben statt 2. Das ist auf jeden Fall gut. Und jetzt kann ich halt bei 5... Das ist dieser Gott hier. Das ist auch immer in jeder Partie Variabel. Die kann man immer anders hinlegen. Das ist auf jeden Fall ganz nett, dass es nicht immer das Gleiche ist. Da baue ich jetzt eine Statue hin. Und zwar wird dann geguckt. Hier, das seht ihr wahrscheinlich gerade ein bisschen schwierig, steht 4 Graphit. Also gebe ich jetzt 4 davon aus. Dann 3, 2, 2, 3, 4. Wird hinten raus, also wieder teurer. Aber es gibt eben auch massiv Punkte dafür, wenn ich alle gebaut habe. Was ich im letzten Spiel zu diesem Zeitpunkt hatte. Gibt es da halt 21 Punkte für. Das wird zweimal gewertet. Also 42 Punkte. Wir fangen bei 10 an. Dann ist man nur damit bei 52 Punkten. Und in den Partien davor hatte ich am Ende immer nur 60 Siegpunkte. Also das war schon echt gut. Weil ich habe dann danach die zweite Phase des Spiels nutzen können, um andere Dinge zu tun. Und jetzt nehme ich diese Statue. Da ich halt die 5 genommen habe, muss ich sie zu diesem Gott bauen. Baue die hier hin. Hier gibt es 3 Spots für Statuen. Und da wir zu zweit spielen, ist überall nur einer frei. Wenn wir zu dritt spielen, würde man 2 hinbauen können. Wobei, wenn ich selbst 2 dahin spiele, bringt mir das keinen Vorteil. Zu viert können sogar bis zu 3 Statuen dahin gebaut werden. Was bringt das Ganze jetzt? Immer wenn jetzt jemand diese Aktion hier durchführt, im Spiel zu zweit, auch man selbst. Im Spiel zu dritt bekommt man den Vorteil, einmal sobald man das baut und danach nur, wenn andere Leute das nutzen. Und zu viert nur, wenn andere Leute das nutzen. Aber hier jetzt immer, wenn irgendjemand von uns, egal wer, diese Aktion nutzt, um sich Karten zu holen, bekomme ich dafür 2 Mal Happiness. Also ich schiebe dann diesen Marker hier um 2 nach vorne. Da Dave das sehr wahrscheinlich oft machen wird, zumindest wäre das Papier auch sonst verschwendet. Wobei, ich weiß ja auch nicht, dass er diese Punkte-Wertungskarte hat, wo er da nochmal extra Siegpunkte... Ne, die habe ich ja. Haha. Dann würde er das wahrscheinlich machen. Bekomme ich also diesen Vorteil. Sprich, wenn ich jetzt auch denke, okay, das ist so geil, alle Leute lieben das und finden das total toll und werden auch ganz viele Statuen bauen. Kann es auch eine gute Option sein, seine Startkarten danach zu wählen, wenn man das kann. Dass man gleich hier die Ressourcen hat, um hier die erste Statue hinzubauen. In dem Fall würde man gucken, ne, das ist ja die Aktion hier. Da würde man immer ein Gold bekommen, wenn jemand anders eine Statue baut. Das ist natürlich mega fett. Und hier gibt halt immer die Zahl vor, wo man die Statue hinbauen kann. Und jetzt halt eine 5 würde jetzt erstmal hier Dave nichts mehr bringen, weil er kann da nicht noch eine Statue reinbauen. Aber man kann immer mit jedem Würfel ergeben, das ist mit der 1, könnte jetzt ein anderer Spieler, Statuen für die Bevölkerung bauen. Entweder hier hin, hier hin oder hier hin oder hier hin. Das bringt dann auch nochmal eine Punkte-Wertung-Vorteile. Und hier zählen die halt wie ein Gebäude. Das ist dann wirklich primär für die Wertung wichtig. Aber da sehr wichtig. So, wie ja eben schon erwähnt, dann habe ich einmal das Drehen vergessen. Das ist nämlich der Punkt, wenn man hier so sitzt und denkt, hä, Moment, jetzt kommt ja das Drehen. Und eigentlich sollte dieser Zeiger jetzt auf diese Uhr zeigen. Die haben wir nämlich vorher genau vier Sektoren weitergelegt. Damit man weiß, aha, jetzt ist ein Scoring. Und ja, jetzt muss einfach nochmal gedreht werden. Wir können ja gleich die Würfel anpassen. Wir hätten jetzt auch hier schon zwischendurch mal Würfel hinlegen müssen. Aber da wir jetzt eher Scoring machen, ist es eigentlich relativ egal. So, und jetzt haben wir hier alle vier Würfel auf dem Tableau. Das heißt, wir haben quasi die zweite Mart-Phase. Der Würfel zeigt auch hier auf das Scoring-Symbol. Das heißt, wir würden jetzt halt ganz normal die Würfel da hinlegen und die Würfel wieder umschieben. Dann würden wir tatsächlich auch erst wieder die Mart-Phase machen. Das heißt, wir würden gucken. Ich hätte hier 11 zu 7. Wäre also minus 4. Da würde ich dann... Aber ich bin, nee, nee, wäre plus 4 tatsächlich. Ich habe 7 und 11. Also bin ich hier. Das heißt, ich kriege keinen Minuspunkt. Das ist schon mal gut. Und Dave hat 12 zu 14. Ist also bei minus 2. Geht also hier. Bekommt dadurch auch keinen Minuspunkt. Und da er auf der minus 2 ist, ich müsste also mindestens hier sein, vor ihm zu sein. Also ist er wieder weiter in vorne. Und ich bin nur zweiter Spieler. Das ist natürlich gar nicht so gut. Und wenn jetzt das Spielende wäre, wenn jetzt das zweite Scoring wäre, dann ist die Reihenfolge ja relativ egal. Aber da man da auch ein bisschen Energie reingesteckt hat, würde dann der erste Spieler noch 3 Punkte bekommen. Wenn wir mit 3 oder mehr Spielern spielen, der zweite auch noch 2 Punkte. Also es lohnt sich auch nochmal für 3 Punkte. Die können wichtig sein. So und jetzt kommt eben das Scoring. Das machen wir jetzt. Und dann halt 8 Aktionen weiter. Am Ende spielt es nochmal. Und am Ende spielt es werden auch diese Karten nochmal ausgewertet. Die werten wir jetzt noch nicht. Jetzt werten wir einfach alles, wo so eine weiße Sanduhr dran ist. Das ist hier auf dem Spielplan tatsächlich ein bisschen unübersichtlich. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie das irgendwie hier auf so eine Karte noch drauf drucken. Es ist netterweise hinten auf dem Regelheft drauf. Da ist hier so eine Übersicht. Scoring, was geht man da alles durch. Das würde ich tatsächlich in den ersten 4, 5, 6 Partien auch immer mit Regelheft machen. Weil wenn man da eine Sache vergisst zu scoren, dann ist das irgendwie doof. Weil dann fehlen einem die Punkte. Und das ist tatsächlich von der Struktur her nicht so wirklich klar. Man kann natürlich jeden Sektor durchgehen. Aber ja, ich habe jetzt ein paar Partien davon gespielt. Und ich mache es auch immer noch damit, einfach weil ich nichts vergessen möchte. Und zwar geht es hier mit dem Osiris-Bereich los. Da guckt man jetzt in jeder Spalte, wer hat da die meisten Gebäude. Also hier wäre es eindeutig Dave. Das heißt, er würde dafür 3 Punkte bekommen. Hier hat er auch die meisten Gebäude. Würde er insgesamt also 6 Punkte bekommen. Während ich hier 3 Punkte bekommen würde. Also würde er jetzt auf die 18 springen. Und ich immerhin auf die 16. Sollte es so sein, dass hier 2 Leute gleich viel gebaut haben, dann wird geguckt, wer hat weiter oben gebaut. Weiter unten gibt es die geileren Effekte. Weiter oben gibt es dann dafür im Fall eines Unentschiedens die 3 Punkte, was ich eben auch ganz gut aufsummieren kann. Und man kann ja auch, das seht ihr hier, Statuen nicht irgendwie hier hinbauen, sondern hier oben hin. Dann bekommt man auch das Gold und das zählt, als wenn man da eine Figur hätte. Für beide Spalten. Das heißt, hier würde es jetzt 2 zu 1 stehen. Hier würde es jetzt 2 zu 1 stehen. Da würde dann ich wieder die Punkte für bekommen. Dann geht man hier in den Bereich. Das ist hier auch erklärt. Da guckt man jetzt. Ich kriege Punkte für jede eigene Statue und jedes eigene Gebäude. Ich habe hier 2 Gebäude. Das wären einfach 2 Punkte. Dave hat dort 1 Gebäude. 1 Punkt. Die Säulen zählen jetzt noch nicht. Die kommen jetzt in den nächsten Schritt. Da gucke ich jetzt in jede Reihe und Spalte, wie viele eigene Gebäude oder Statuen habe ich da. So viele Punkte ist dann die Statue. Die kommen jetzt hier beim nächsten Schritt. Da gucke ich jetzt einfach für jede Säule, wie viele Statuen und Gebäude sind in der Reihe und Spalte. So viele Punkte ist die wert. Sprich, bei der Säule gucke ich jetzt. Ich habe hier kein Gebäude. Ich habe hier ein Gebäude. Also ist sie ein Punkt wert, den ich jetzt auch bekomme. Würde sie hier stehen, würde ich hier 1, 2 Gebäude in Reihe und Spalte haben. Also würde ich für die 2 bekommen. Wenn ich das irgendwie so gebaut hätte, dann würde ich jetzt auch wieder gucken. Bei der Säule wären insgesamt ja 2 Gebäude da. Also 2 Punkte. Bei der Säule wären in der Spalte und der Reihe nur ein Gebäude, also ein Punkt. Hätte ich das tatsächlich so gebaut, dann würde ich jetzt auch wieder gucken. Ich würde für diese Säule 1, 2, 3 Punkte bekommen, weil Reihe und Spalte 3 Punkte, also 3 Gebäude, dementsprechend 3 Punkte. Hier würde ich gucken, Reihe 0, Spalte 1, 2, also 2. Sprich, das wären jetzt insgesamt 5 Punkte nur für die Säulen. Aber so viele Punkte gab es da leider nicht und so viel habe ich auch nicht gebaut. Das heißt, ich würde jetzt gucken. Ich habe ja eine Säule gebaut, da ist ein Siegpunkt drüber. Also würde ich dafür auch einfach nochmal einen Punkt bekommen. Hätte ich das gebaut, würde ich 3 Punkte bekommen. Wenn ich alle gebaut hätte, dann würde es 21 Punkte geben. Das kann in ganz komischen Situationen klappen, dass man das in der ersten Runde schafft. Und dann bekommt man 21 Punkte. Und was man hier freigeschaltet hat, also angenommen, ich hätte es jetzt geschafft, 4 Statuen zu bauen, dann würde ich ja jetzt 10 Punkte bekommen. Und die 10 Punkte würde ich später auch nochmal bekommen. Oder sogar mehr. Also früh irgendwo bei Punkten hochzugehen, lohnt sich. Doppelt quasi so. Der fährt hier gar nichts. Also bekomme nur ich da einen Punkt. Dann wird geguckt, der Happiness-Marker, ist der unter so einem Dreieck, ist er bei keinem von uns, also bekommt er keiner Punkte. Hätte ich jetzt geschafft, den von der 4 auf die 14 vorzubewegen, dann wäre das hier, das was am weitesten links davon ist, wären zwei Dreiecke, pro Dreieck drei Punkte, wären also sechs Punkte. Das wäre nicht schlecht, aber hat noch keiner erreicht. Das ist tatsächlich in der ersten Phase des Spiels auch schwierig, aber sicher auch machbar. So, dann guckt man hier bei den Produktionen, ist irgendwas auf der 6. Pro Produktion, die auf der 6 ist, gibt es zwei Punkte. Hätte man alles ganz oben, wären das demzufolge acht Punkte. Da hat weder Dave noch ich irgendwas ganz oben, also bekommt da auch keiner Punkte für. Dann wird geguckt, sieht man hier schon Punkte bei den Gebäuden. Wenn jetzt irgendwie das gebaut worden wäre, wären das zwei Punkte. Wäre das gebaut, wären es zwei und drei, also fünf Punkte. Das wird tatsächlich aufsummiert, das ist auch nicht so ganz einheitlich, aber das merkt man sich relativ schnell. Hat man alles gebaut, dann würde man dafür sogar zehn Punkte bekommen, aber jetzt gibt es da nichts für. Wobei auch da gibt es wieder eine, ich glaube Technologie, eine Wertungskarte, wo man für jedes gebaute Gebäude nochmal Punkte bekommt. Das heißt, selbst wenn man es bis hierhin gebaut hat, was ich schon sehr oft gesehen habe, würde man ja eigentlich gar nichts dafür bekommen, also zumindest hier keine Punkte, aber man würde trotzdem eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Punkte dafür bekommen. Dann hätte man alles gebaut, wären es sogar 16 Punkte mit dieser einen Wertungskarte. Da muss man aber sichtbares Brot bezahlen, hier ist ein Brot, hier ist ein Brot, das wird einfach aufsummiert, also würde Dave jetzt ein Brot ausgeben und ein Gold. Wenn er das nicht kann oder nicht möchte, es kann manchmal sinnvoll sein zu sagen, nee, das Brot behalte ich gerne, dann würde man dafür hier wieder eins, zwei, drei Punkte verlieren, und zwar pro Brot, das man nicht bezahlen kann oder will. Und das war dann einmal eine Scoring Phase, die ja aus zwei Matphasen besteht, die aus vier Rotationen besteht, die aus insgesamt acht Aktionen besteht. Das würden wir jetzt einfach nochmal machen und dann wäre das Spiel schon zu Ende. Ich habe jetzt relativ viel erklärt, darum hat es auch tatsächlich ein bisschen gedauert, das Video ist jetzt auch ein bisschen länger geworden, aber das ist eben zu zweit, wie gesagt, so um die 90 Minuten haben wir ungefähr gebraucht. Also es ist viel erklären am Anfang und ich habe es, glaube ich, auch immer gut erklärt, ich habe mir zumindest Mühe gegeben und die Mitspieler waren auch immer schnell drin. Also da habe ich andere Spiele gehabt, wo man häufiger Nachfragen hatte, häufiger noch mal in die Regeln gucken musste, häufig war halt hier die große Nachfrage, aber da kommen wir dann im nächsten Video zu, weil ich denke, hier habt ihr jetzt einfach mal das Let's Play gesehen, eine halbe Partie quasi mit Erklärung. Ich bin auch mal gespannt, was Dave mit den ganzen Markern hier in der nächsten Hälfte des Spiels machen wird, wahrscheinlich sich viele Karten holen, aber dafür bräuchte er jetzt auch mal erst wieder, also er müsste halt sein Happiness hochbekommen und seine Bevölkerung hochbekommen, das heißt hierfür müsste er auf jeden Fall zwei Aktionen ausgeben. Er hat aktuell noch kein Brot, er kann nicht so viel Brot produzieren. Er müsste hier auch einen hohen Würfel nehmen, da kommen ja gleich noch welche nach und dann bräuchte er vielleicht auch hier einen Scribe, um irgendwo anders einen hohen Würfel dafür benutzen zu können. Also da seht ihr, von den acht Aktionen, die jetzt noch kommen, ist gar nicht mehr so viel übrig und dann wird schon wieder gewertet. Das geht dann tatsächlich relativ flott, auch wenn man zu dritt spielt, fühlt sich das auch sehr, sehr flott an. Aber wie gesagt, dazu mehr im Fazit-Video. Hier erstmal vielen Dank fürs Zugucken, ich hoffe es war interessant und hilfreich für euch. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Das war's von mir, bis bald und tschüss. Das war's von mir. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.